Hallihallo und herzlich willkommen auf der aktuellen... Ne, 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 Moment. Die erste Antwort ist anders. Ne, machen wir was anderes? Geisel nie verhalten. Ja, genau. Geisel nie verhalten. Geisel nie verhalten. Geisel nie verhalten. Das ist geil. Ey, pst. Aber ich glaube, der gehört zum Entwicklerteam. Der schaut so versonnen. Entschuldigung? Oh, oh, hallo. Oh, Sebastian. Sebastian vom, äh, das... Ah, Gamestar? Ja, äh, nearly. Beinahe, äh, Play 3. Ah, yeah, yeah, I know you, I know you. Hallo! Okay, und wird's hier eigentlich kalt? Die Tür ist offen. Wieso wird's nachts dunkel tosten? Die Welt wird sich so schnell. Das muss hier nicht kalt werden. Film mal bitte kurz die Olle. Schnapp mich. Welche Olle? Ich wollte grad sagen, es war scharf. Ich hab doch dahin gezeigt. Film mal die Olle jetzt, ey! Jetzt lass ich mich im Keller stehen! Jungs! Au! 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 Das ist fast noch besser. Hahaha! Hahaha! Wie ist das? Geweilig! Geweilig! Weiter! Weiter geht's! Die Gnade geht noch! Tollerweise kann ich das auch! Hahaha! Ich pack's immer ein! Hallo liebe Play 3 Leser und Zuschauer! Cut! Geschnitten! Geschnitten! Ja! Und das ist dein Genital! Der Penis? Ja! Rost und Bohnen? Ja! Das ist im Spiel! Das ist es! Wir können es im Spiel sehen! Sebastian Strang ist ein Genital! Genitalien! Du sagst! Ja! Beruflich fühlt! Mit Sonnenbrillen! Mit Tannenfleck! Und Plastikwaffen! Und! Und! Shit! Einen noch! Ich kann dich hören! Aber was mit den Kindern, die diese Scheiße spielen und dann Amorglaufen? Es gilt! Du sollst die Einkaufsliste vorlesen, du Idiot! Es steht nicht mal irgendwas da! Es steht die Einkaufsliste! Es ist der Gag und er macht's nicht! Ja! Ich denke, du bist ein Moron! Ein geistiger Vollidiot in Deutschland! Ich denke! Okay! Du bist ein sehr unfreundlicher Interviewpartner! Ich glaube nicht, dass du hier überhaupt angestellt bist! Fuck you! Fuck you and your Job! No! Fuck you! Fuck you and you! Fuck you, GameStar! Fuck you! Dahergelaufene Medien-Asi! Modern Warfare 3 ist das beste Spiel in der Welt! Ich glaube nicht, Battlefield ist viel besser! Es ist eine Impertinenz! Einmal mit Profis arbeiten! Das schneiden wir! Ich weiß, schmal, Fräulein! Sie finden uns nicht! Und findet keiner! Und findet keiner!